Der rechtsextremistische Anschlag in Halle vergangene Woche ist heute Thema im Bundestag. Die Abgeordneten wollen über Konsequenzen aus der Tat diskutieren. Am vergangenen Mittwoch hatte der Täter versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, was ihm nicht gelang. Anschließend erschoss er eine Frau auf der Straße und einen Mann in einem Imbiss. Nach seiner Festnahme hatte er zugegeben, aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt zu haben.